also den auch mal bitte einer metallfarm und bringe karotte mit das fährt ist direkt hier also das bv zeigt das ist ja einfach mal total übertrieben viel nur 24 aber dann haben wir ich bringe karotten mit in der base wurde doch gleich hierhin und wo bist du ja am teleporter direkt gesetzt habe immer an der heißt die zählung nein da ist nicht die deporte wo er hin sollte dann malte spalte metall dann bist du ich bin ich habe jetzt auch über die hilfe jetzt habe ich halt mikroraktoren hier ohne hände am arsch gerade ach du scheiße jetzt kommen bei ja nichts auf mich ja ganz so aber auch ja ja nichts ja weil du doch von den schießen kannst ja das ist so kurz das werden das ist eine kack erklärung an die beiden tüler sind okay man kann trotzdem von schießen ja aber dann hat er recht das könnte man ist der tüler ja auch da rein zählen keine regel ohne ausnahmen weil wir schreckt ja ja jetzt ist wieder schön die leiten weiter wie viel cooldown ist beim tier mit bola zeit weil ich komme ja ja hallo 20 sekunden also da schon mal eine beere reingeschoben ich habe da braucht es halt bei dir oder soll es in ja packt den schrank rein kann sein dass es irgendein anderer gemacht hat dann das gut dann hau da metall ab und ja mein pferd ist schon fast voll oh mein oh danny du müsstest jetzt mal langsam wieder herkommen ja hier sind zu viele viecher hier das habe ich vier stegos aber auch schenken normale gedanken alter wie willst du das haben ich auch einfach hier die erste fortstadt metall einfach rein oder so ist das wollte es so machen ja wenn du es nicht verteilen wird dann nach dem schrank bei der eine fortschritt ist nicht rein da ich gucke das über einzig reinhauen das wäre eine machnahme das ist direkt in den ersten gepackt oder durch reichwort mit die wer hat es jetzt irgendwelche benannt nein 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 ja auf Gottes Willen jetzt ja man gibt es ja auch da genau da da kommen jetzt ist ja geil dass ich gerade nichts sehe die mosche hier kriegen wir allein 132.000 meter der spalte ja und teilen haben wir auch noch den tunnel die cave ist direkt am teleproduk server da ist sogar kristall ja in highlands haben wir auch klar die kristallhöhle ohne rechte und da sind auch die basilos am strand südlich vom teleporter die der vorteil das öl geben vorteil hier ist glaube ich gerade dass wir den anderen das metall dann auch wegnehmen wenn die irgendwo woanders dann auf einmal fahren wollen hier schnell abfahren solchen das stein dann hinpacken einfach in den schrank ja er ist das seine anst war die pause 21 sagt nur mal einer wie hoch hier mädchen ist es ist weil sie mehr dass der raptor gleich er braucht nur noch ein prozent weil ich habe passiert nicht in adoro hingelegt aber er braucht nur noch ein prozent so dass man zu heute habe ich doch nicht so es ist aber auch aber auch was du jetzt meint aiming hat er gedacht deshalb habe ich schon gesagt hey woher will das wissen und damit er er weiß was du meinst oh das geht in 0,8 prozent schritten nach vorne könnt ihr uns den schrank hier draußen stehen wo wir die sachen reinhauen ich mache hier ein beutel direkt vor der rampe vor der tür ja bleibt ja ein bisschen da liegen da sind steine drin hey du bist noch hier unten ja ich würde mal so irgendwo in eine richtung kommen du müsstest mir noch mal so ein tipp geben wohin aber was soll ich dir zu tipp geben was sehe ich denn auch neues heid dann bitte heid bringe ich dir gleich hoch wenn ich den raptor habe ich auch noch ein bisschen was der wasserfall ist in der nähe bei mir der will 93 mittlerweile ich habe 2000 in die schmiede getan also wir sind hier im canyon und ja so der wasserfall aber ich glaube ich weiß wer hin da wo der rote artro pointer näher das kann sein ich komme gleich zu dir ich meine raptor ist gleich fertig und dann komme ich aber wenn du noch sehr viel leveln machst kriegen wir ein problem oder was paracer wenn wir alle zu high level sind nein 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 wir suchen gleich paracer hier unten wo vorhin eh na ich kann genau ich habe es vor uns nochmal auf dem auto durchgerechnet ich kann bis level 95 leveln und das paracer muss nur meine letzten 5 leveln mitkriegen ok und wenn dann leveln wir ein bisschen damit ist doch auch egal nee ich wusste nicht dass es so wenig ist ja du hast also beziehungsweise die letzten 5 level sind beim menschen halt so viel aber davon abgesehen ist er eh nicht der einzige der immer was craftet und von daher denke ich schon ich bin jetzt wieder da oben dann wo der kano glaube ich war komm jetzt wenn ich mich nicht täuschen was war jetzt los verleckt die ganze zeit hier hart ich hab mal den sack leer gemacht ich wollte schon fast 3000 wait komm schon 0,7% so holz ist überall drin so fertig ja das pferd ist auf jeden fall verpackt hier ja ich dachte nur wenn es hier steht weisse wir eh gerade nicht so wie hier kam ja das ist halt blau 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 steht ein pferd aufm flur naja ist das richtig ja du darfst der mutter nicht verraten wie es in game of thrones weitergeht warum nicht die seht das die ganze zeit aber die versaut sich das nur selber damit wenn halt was hatte die angefangen mit welcher hatte die angefangen erste staffe die sitzweiten der selten du hast ja auch nie bis zum ende geguckt oder? dich kennst du auch übel Spoiler ich bin jetzt bei der vierten kräuter guck mal ich mach es euch was? oh man hört auf zu spoilern hier guckst du es da ähnlich ich will es mir ja angucken weswegen äh ja ja man alle drachen sterben ich hab nur durchgeguckt grad mal achso ich will jetzt grad nicht craften ich hab eigentlich ne pizza hier liegen aber die muss jetzt noch 16 minuten warten ich hab ein Raptor mit 400 Milligramm aber das juckt den Stego hier überhaupt nicht heute wer hat gestern immer gesagt der hat ihm meins ernst die meins ernst die meins ernst, alter ja der meins ernst I don't know aber der Stego hier meins echt ernst glaub ich 108er Stego oh man Bist du denn du jetzt? kommst du mal wieder ran hier oder? von my way weite Wege weite Wege würde ich behaupten weite Wege und ein Raptor im Schlepptau der irgendwie ich weiß nicht wo gerade ist Andy bist du im Dump oder wo bist du? so alter nö ich bin noch im Canyon ja im Sattel doch ja dann knall drauf oder hast du einen zweiten? ähm ja bei uns hier sind welche hier bei der Spalte ist jemand mit einem Ding der hat mein Pferd gebowlert würde das auch gehen hallo steht hier kann Pferde polern? ja ja das ist das Imperium oh soll ich durchkommen? ja er ist halt nur alleine hier mit seinem mit dem Diplo mit dem Diplo nem Diplo was? das denn also oh wo kann sein dass ein Raptor gleich stirbt also nicht von nach ja du kannst durchkommen also der hat Kurt versucht auf mich einzukloppen aber hat es halt nicht geschafft weil ich Metal an hab mit dem Diplo geht wieder hoch zu seiner Base die Wankle mit Verstärkung kommen naja da ist unter uns bitte it's da soll wir Teleporter einpacken und gehen? ja das Teleporter einpacken ah ne warte ja das mich noch Teleportieren oder? ach haha jetzt denke ich im Terror wird uns sterben alter vielleicht schade ihm das Metal was ja noch dabei hatte das Pferd aber geh mal gleich Highlands neues Pferd wo wo ist denn das Pferd? ähm das liegt dort wenn du vom Teleporter guckst rechts dahinter so nem Stein irgendwo der Raptor ist echt ne geile Sache alter das ist ne richtig harte Nummer aber bevor dein Ziel ist doch ich hab keinen Bock mehr alter ja dann geh die die Dreckserver man ist das lächerlich oh er kommt hau ab ja naja wenns nicht läck wenns nicht so läck dann würde das nicht so würdest du nicht so viel sagen oh man das ist so wohl wo bin ich denn längst gegangen also ich hab keine Ahnung wo mein Viechdown jetzt ist und meine Sachen und so weiter macht richtig Spaß hier zu tamen ja wenn wir gleich den Teleporter benutzen und irgendwo hingehen wo nicht so viel los ist na klar kann man machen na klar kann man machen ja einfach das was ich von Anfang an gesagt hab machen und nicht widersprechen dass es um Metall geht und irgendwas ne da wissen es halt immer alle besser in Highlands war gesagt dass niemand irgendwo baut wir gehen halt irgendwo hin wo immer wieder Kontakt ist und irgendwo Viecher sind wir brauchen Metall nichts anderes mehr ja hast du genug stuff für deine Bote Hyde hab ich schon ge- Hyde hab ich schon ge- Hyde ich bring dir gleich Hyde ich mach nur ein Bobby oder da wurde gesagt die haben alle was einsteckendes aber ist das ja alles so gut ja ich lauf jetzt gleich hoch man ich hab doch nie gesagt dass ich jetzt Hyde brauche ich hab meinem Bruder erklärt warum ich jetzt nicht unbedingt was brauche außer Metall ihr habt gesagt ihr habt das und dann ist ja gut ja aber nicht essentiell wichtig ist Hyde wie Poly jetzt zum Beispiel ich kann den Baby Stego einfach nicht töten es ist nicht drin ganz kurz genügend Poly haben wir wie sieht das mit Öl aus haben wir da auch reicht erstmal ich will halt eigentlich wissen ob ich das einmal holen ist halt nicht mein Tag irgendwie nein Andy nein hilfst du mir alleine hier ich kann ich kann halt jetzt losgehen ich kann nochmal Zement besorgen für uns und halt Öl holen gehen das Poly reicht wenn wir genug Öl haben dann achso äh wir haben immer ausreichend Öl für diese Session wo bist du die Kompass auf den Tunnel gelaufen wo bist du die Kompass auf den Tunnel gelaufen wenn und und Poly ist auch genug für dich Session oder ja komm jetzt runter ja komm jetzt wir sind groß kraften diese Session mit Poly ich bin jetzt hier ich hole den Teleporter jetzt 3,4,5,6,7,8,9,10 äh 10 äh dann kommen wir den gleich da draußen jetzt 2700 Poly da ähm also nur Metall, Metall, Metall ja Highlands ähm du bist Highlands schon? ja baut da jemand kleiner? wahrscheinlich nicht oder? ne aber hier sind immer mal welche mit Pferd unterwegs Highlands halt so direkt da drunter oder was? dann weiter oben oben drüber wenn du dem Flurt folgst den Höhlen kommt Teleporter aus also es ist gerade jemand in der Kristallhöhle mit Pferd ne dann geh zu unserem Spot ja du bist dort wo das Metall liegt zeig's Daniel und du ist gut ja bist du jetzt Highlands? ja ich bin Highlands ich bin gerade etwas da drunter und hab gerade hier ein bisschen ja also dort wo der Teleporter halt hoch ist genau äh dem Fluss weiter lang ist ne Höhle ja ja ich bin jetzt da wo die Rafts zählen ja dann lauf ich mit dir hoch und dann hol man einen Teleporter und dann ja ich würde nur ganz gerne ich lauf gerade mit dem Raptor hin und guck ob ich meinen Viech wieder kriege was ich dann demnächst brauche sind Perlen ja direkt sondern das ist mehr wichtiger wie Öl ja gut dann hol ich noch ja komm ähm kannst du Scuba für mich machen das wäre dann perfekt wäre es noch einfacher die Perlen zu holen und auch das Öl haben wir dann für zweite Session einfach nur ein Atemgerät reicht mir obwohl Flossen ist auch ganz nett kann ich da jetzt die fahrlos hochlaufen die Klippe ja warte Basti ich nehme es mit und du bist auch hier hast du was zu mitnehmen gib her nö ich hab nichts zu mitnehmen ich bin einfach nur gerade weil ich eh von oben runter geflogen bin ok ok aber danke dass du das KT mitgenommen hast ich hab noch weißt du nicht 4000 oder so einstecken jo 9 Minuten ist Pause das ist du in du in du in du du w w Wir gehen dann nach der Pause um Highlands, ja? Also hier sind auf jeden Fall sehr viele Leute, die das Metall aufbauen. Also ich sehe jetzt gerade nur auf dem Weg immer wieder zu der Höhle, sehe ich auch manchmal. Andi! Ja? Ich habe deine Pferde gefunden. Das ist aber cool. Das sind zwei Monster-Highlevel, ne? Ja. Wohin denn Rama? Andi, Andi, ich mache alles auf neutral. Ich habe nämlich noch ein Mikro-Ranktoren gefunden und Kanus. Ja, ich hatte die auch auf neutral, wo ich... Ich fache einfach den zweiten Schraub an. Ja, genau. Einfach irgendwo rein und wir sagen, dass es innen schränken ist. Das reicht mir. Ich bin tot. Aber ich habe das alles auf neutral gepfiffen und weiß jetzt, wo es unten ist. Wir können die einsacken, die Tiere. Kingo, da laufen wir jetzt zusammen hin. Und den Teleporter bitte. Jetzt laufe ich da nicht mehr runter. Ja, dann gibt ein Viech, Teleporter und dann porte ich alles hoch. Danny? Äh, nicht Danny. Rama, machen wir bitte die CP an. Du hast jetzt schlauer King, wenn wir zusammen runterlaufen. Ich könnte ja danach wieder hoch. Es ist einfach schlauer, wenn wir ganz kurz warten. Ja gut. Weil halt gleich Pause ist. Also ich habe alles neutral gepfiffen. Die sollten eigentlich nicht sterben. Ich hoffe es so, ey. Keine Lust, da in der Slow-Mo unten rumzuhängen. Ja, er macht ja einen Slow-Mo. Es gibt einen Slow-Mo, hat er gesagt, ja. Ja, und danach gibt es ja den geilen Cool-Down-Timer. Ja, ich habe jetzt eine Pick-Axe, ich mache jetzt hier nur noch Face-Forming, das ist ein Scheiß-Tag für mich. Es läuft nix hier. Wer von euch hat das Kano rangeholt? Das habe ich geholt vorhin, dass wir vom Weg unter... Ist mir zugelaufen? Ja. Ah, Andy, du klingst nicht gut, ja. Äh, weil ich dreimal sinnlos gestorben bin. Ich will nur die Scheiß-Dings haben, die... Wenn ihr die Pferde bringen, das wäre dann mal echt gut. Ja, die stehen da unten. Ich habe versucht, Schränke zu machen, die eine Ordnung haben. Wenn ein Holz Schrank heißt und dann nur Holz drin... Äh, Holz... Wenn ein Schrank Holz heißt und da ist nur Holz drin, dann tut doch bitte nur Holz rein. Ich bin in Ruhe. Es hieß eben... Äh, Mist. ... und rein überall. Ja, ist ja richtig. Da ist noch nichts anderes gekommen, seitdem haus irgendwo rein. Deswegen habe ich jetzt nicht hingeguckt. Ja. Ja, die hinteren beiden Schränke, die sind beschriftet. Alter! So, was soll ich holen? Pause. Pause. Narko-Burries. Ja. Sind alle in den Mörsern. In den hinteren Mörsern wird... Echt? Und hier in den vorderen Mörsern, oder? Narko-Pachs wird Narkosemittel gemacht, in den vorderen Zement und Schießbrüller. Hier, in den vorderen Mörsern sind 700... In den Zaukruzbüller. Ja, dann pack sie um. Hinten ist Narko-Pachsendings drin. Man muss Rama anmachen, oder? Ja. Und hier, in die Hartstadt waren auch. Är die Vorderungen profit?